So Leute, wir stammeln neu, nur eine Duster in der Lyzien-Tail. So, folgendes. Wir haben jetzt noch so einen zweiten Ring organisiert. Und habe geschaut, dass ich noch ein bisschen in einem anderen Gebiet ein wenig farmen gehe. Wir sind auch Level 38, also vier Level höher wie vorher. Wir mussten uns im Endeffekt mit den kompletten Weg jetzt durcharbeiten. Es war ein bisschen lästig, sagen wir es einmal so. Alter, ernsthaft. Was soll denn der Scheiß? Und was machen wir jetzt? Okay, so wurde es jetzt gedacht. Jawohl, genau. Und rein ins Feuer. Nein! Hätte ich nicht dein Ernst, oder? Was soll denn der Scheiß? Ich bin natürlich voll in die Scheiße rein. Haben wir es natürlich wieder erwischt. Sonst gehen nämlich langsam die Heilsachen aus. So, schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Luft kriegen. Okay, die sind jetzt einmal down. Aber die Kanonen sind ja schon einmal ledig. Dann können auch unsere Leute nachrücken. Falls wir noch welche haben. Ähm, okay. Genau, ab in die Luft gehen, dass wir da durch können. Das sieht schon mal sehr schön aus. Und da in den Schlüssel. Alter. Geht's jetzt noch? Das wird dem Fall wieder immer schlechter. Jetzt warten wir jetzt mal, wenn wir aufgeräumt zum Brenner. Hätte noch irgendwas, mit dem wir uns ein wenig halten können. Ähm, noch ein Teleportstein. Also Resonanzsteine. Wir haben auch keinen Wiederbelebungsstein. Aber wenn wir jetzt down sind, dann sind wir halt down, ne? Ähm, okay. Ich habe mal gehofft, dass wir irgendwo wieder einen Händler haben. Ähm, okay. Ähm. Okay, so, jetzt haben wir hier die nächste Waffe. Ihr seht jetzt auch, die Fütsche, die, die Sachen, die machen eine unglaublichen Schale mittlerweile. Ja, da muss ich sagen, das war mir auch heilig. Ich habe jetzt noch eine Ehre besetzt. Auch wenn ich mir den, ja, nicht viel mitgekriegt habe. Weil die entscheidenden Sachen habe ich einfach mitgemacht. Uh, Levelaufstieg, Levelaufstieg. Ähm. Machen wir mal Defense. So, vor allem jetzt können wir auch die Schiffe recht easy runterholen. Das finde ich very nice. Hopp, dass wir nochmal einen Händler erwischen. Weil ich will mir noch so mal so einen Stein holen und ein bisschen was zum Hallen. Dann werden wir ein bisschen besser gerüstet für den Gaius. Alter, ich habe noch so ein Schiff. Ähm. Okay. Haben wir das jetzt erwischt oder nicht? Ich glaube nämlich fast nicht. Ja, habe ich doch recht gehabt. Ist da noch einer? Ja, okay, die haben dann schon gekillt. Nehmen wir es, dass da so viel rumschwirren, dass ich mir dann rauskehme, ja Freund und Feind ist. Ich finde das fast schlechter, als wenn wir allein durchgehen würden. Alter, die sind echt heftig. Alter, die sind echt heftig. Blocken. So. So, weg mit denen. Jetzt haben wir jetzt nochmal durchgerust, dass wir wieder ein bisschen Luft haben. Alter. Wo ist jetzt der hin? Wir haben noch einen gekillt. Okay, vorwärts, Leute. Wir haben was für euer Geld. Na, das war die falsche Richtung. Wir haben bloß da jetzt keine Lust, da jetzt reinzurennen und noch mehr Energie, also heilsam zu verschwenden. So, wie machen wir das jetzt am Dünsten, Alter? Jawohl, der Jagd voll, das war Volltreffer. Legg mir am Arsch. Also ohne den Angriff von der Fidget, aber hätte man so was von Alter ausgesehen. Bis jetzt hier. Dann haben sie aber halt mittlerweile macht der Schaden, so einen Hit von der Fidget, fast so viel wie unser Waffenschaden aus. Sogar manchmal mehr wie andere Angriffe. Jawohl, wir haben das Schiff gepackt, saugeil. Weil wir können das Schiff nicht auch packen, habe ich festgestellt, wie ich da hergegangen bin. Bin wieder zum Speicherpunkt. So, ich muss nochmal schauen. Alter, da rennt noch einer rum. Aber nicht mehr lange. Na meine nie endende Armee aus Kämpfern, die... Alter. So, jetzt müsste das schon gewesen sein, oder? Kommt das jetzt runter? Sehr gut, sehr gut. Na, ihr seht schon, wie viel die aushalten. Das ist schon der Burner. Aber wenn wir da die Fische dabei haben, die wollen wir wirklich massig schauen, wo haben wir echt ein Problem. Wichtigste Person hier mit. Keine Ahnung, das ist selber. So, und? Haben wir noch mehr? Habt ihr ihn jetzt umgebracht, oder nicht? Mensch, was dauert er so lang? Man hat immer mithelfen muss, Leute. Ohne mich könnte ich halt einfach nichts. So, und kurzer taktischen Rückzug, bin ich gesagt. Ich kann mal das Feuer durchstürmen. Sehr gut. Die können sich einmal verpissen. So, und da war es ein fetter Bull. Ist der schon down? Jawohl, den haben wir schon gekillt. So, das Raumschiff auch, oder? Das müssen wir erwischt haben. So, jawohl. So, wir nähern uns immer weiter dem Finale hier. Schauen wir mal, ob wir es in dem Part schaffen. Wenn natürlich nicht schlecht. Weil wir dieses Projekt von den Hauptsachen schon abgeschlossen. Und dann würde ich es auch gut sein lassen mit Tast. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da hängt einer mit. Mein Gold. Meinst du, was das Problem ist? Wo ist das Geld besser angelegt? Und jetzt den Rest doch in Futter, was ist denn günstig? Ähm, ja. Wir können uns nichts mehr leisten. Haben wir nichts mehr zum Verkaufen? Ja, wir haben jetzt wirklich bloß noch die Sachen, die wir anhaben dabei. Und die ganzen Sachen, die wir hätten, die bringen uns eh noch nichts. I'm fried. Ja, das hilft uns wahrscheinlich nichts. Ähm, okay. Hier scheinen aber auch keine Gegner mehr zu sein, bei uns. Alter, wunderschöner Speicherpunkt. Ich denke mal, ich denke mal, Finale, wa? Alter. Das ist jetzt ja anders, ob es von links kommt. Generatoren. Ja, Wunderschöner. Gaius! Wait! Wait! Just a moment. You have much to answer for, General. And what of you, my friend? A year ago I heard stories of your death at the hands of a child, no less. Now here you stand, not only alive, but leading the very creatures we've been charged to destroy. You've been charged to destroy, not me. What happened to you, Cassius? Cassius? Do you not remember your own name? What have those damned moonbloods done to you? What did you call me? Cassius! That's who you are! Don't listen to him! You're Jin now! Remember that! I... You're remembering now, aren't you? Together nothing stood in our way. We shaped this world together. And together, we can finish what we started. Müssen wir uns jetzt entscheiden? Das wäre aber irgendwie blöd. You ordered the deaths of countless people. Countless moonbloods. Moonblood sympathizers. Anyone that stood in your way! Yes. And you carried them out. Lower your blade, old friend. First we destroy these moonbloods once and for all. Then I can help you rid you of these fantasies that have spoiled your mind. One of them is always interesting. Why will he die moonbloods töten? Just listen to me. Cassius was my name. That doesn't matter. It's all that matters. All those people I killed, Fidgets. How could I possibly redeem myself in a few days? You cannot dust. This was never about redeeming Cassius. But then, you are not Cassius. But my share is for his very soul. That doesn't matter. Why do you keep saying that? Because you are not just Cassius. Jin didn't kill those people. Jin saved Aurora and Mudpot Village. Jin stopped defuse, saved Lady Tethys. And now he is the only thing standing against General Gaius. Yeah, but in the end of the day he is the only thing standing against Cassius. Cassius would destroy the moonbloods. But Jin? He would protect them. No, Fidget. You're wrong. Jin didn't do any of those things. Then you finally come to your senses. Jin is dead. As is Cassius. Their souls now live within me. Constantly reliving that fateful day. Forever in battle. Forever at odds. But as long as I live, I still have a choice. Then what are you? I am justice incarnate. Brought to this world by forces beyond your comprehension. A cleansing storm to sweep across the land and purge it of your foul presence. I am dust. And your campaign ends here now. Throw down your weapons and surrender. Or you will face an enemy unlike any this world has ever seen. Cassius, please, don't do this. You know you cannot win. Let's end this. Alter. Schauen wir was wir machen können und was wir gewinnen. Wir haben schon mal sehen was wir können und was nicht. Alter. Mal überlegt, dass du vielleicht nicht gewinnen kannst. Ich fang das jetzt pünktlich zum Bossfighters legen an. Alter. Dann hast du mit einem mit ausgeschalten, was soll der Scheiß. Alter. Wir müssen uns auf jeden Fall immer voll halten, wenn wir gegen den kämpfen. Alter, geht's noch? Aber wir haben noch einen Ball. Jawohl. Nein, der hat uns gekettet. Alter, das haben wir müssen nochmal kämpfen. Du kannst nicht gewinnen, Cassius. Du niemals konnte mich schrauben. Stopp calling me Cassius! Es gab eine Zeit, wenn du bei meiner Seite standst du bist. Wir waren allies. Nicht mehr, General. Ich bin nicht dein ally. Und ich bin nicht dein Freund. Jetzt riebe deinen Blatt oder schrauben sie. Du kannst mich auch gar nicht schrauben, Cassius. Sehr gut. Zu der Tod! Alter, das ist scheiße. Wir haben kaum noch sang. Alter. Er hat's ja ein Faust dicker, den Ohr, der Kerl. Alter, der schmeißt uns mit Bomben zu. Der ist ja nochmal feierlich. Alter, ich hab nichts mehr zum Hallen aktiviert. Ähm... So, ähm... Wir müssen uns da ein bisschen auf Distanz halten. Alter, geht's doch? Alter, die anderen... Ich hab das Schiff dabei. Das ist doch sau unfair. Okay, ich hab jetzt auch mal die zweiten Drücken dabei. Aber vielleicht kann uns das Schiff noch nützlich sein. So, wir können übrigens auch auf dich schießen. Okay, mehr wollte ich gar nicht. So, jetzt laden wir hier unsere Schüssi nochmal auf. Don't you remember anything, Cassius? Why would you draw your blade against your fellow soldiers? Why would you draw your blade against me? You are destroying this world, Gaius. You and your soldiers cannot be allowed to continue your campaign. This world belongs to the strong, Cassius. It belongs to us. Don't you remember your duty? Don't you remember your friends? I remember everything. And it changes nothing! Ähm, okay. So. So, wir können ja versuchen, die Bomben hier mitzunehmen. Und dann sollen die Bomben reinzuknallen. Es geht. Das funktioniert sogar recht gut. Alter, wir fliegen ja da oben. Das ist ja der Wahnsinn. Alter, wir haben den jetzt schon dreimal gehindert, verdammt. Kriegt der jetzt endlich mal? So, jetzt stirbt, verdammt. Ich hoffe, das hat es jetzt erledigt. Das ist, wo es endet, Gaius. Ähm, da steht Cassius, nicht Gaius. Ähm, okay. Und dann schauen wir mal da irgendwie. Alter, jetzt ernsthaft. Wir wären jetzt da fast draufgegangen in dem Scheißding. Alter, wir brauchen jetzt jeden Scheißdreck, was wir hier noch finden können. Alter, der hat unser Ding verstummen lassen. Alter, jetzt geht's noch. Wir haben halt keinen Stein mehr dabei. Alter, wie oft sollen wir den noch killen? Alter, das kann es aber nicht sein jetzt. Alter, nervt es nicht. So, jetzt weg mit dir. So, haben wir es jetzt. Alter, das ist jetzt doch ja ernst, verdammt. Wäre jetzt eher riesenfreiheit gewesen, wenn der jetzt nochmal leben würde. Alter, wir können kriegen, okay. Wir können uns nicht mehr, also unsere Beine sind anscheinend gebrochen. Wir können uns anscheinend nur noch mit den Händen bewegen. Ja, schreie nicht so laut. Wir kommen schon. Wir sind on the way. Wir sind immer die schnellste. Jetzt schreie nicht so rum. Wir haben dich schon gehört. Wir sind ja taub. Wir sind unterwegs. Entspann dich. Wir sind nicht, Cassius. Ja, ich bin. Ja, du bist. Aber Cassius ist weg. Das ist das Welt, das wir uns liebten. Das ist das. Das ist das, das wir uns liebten. Das ist das, was wir uns liebten. Das ist das, was wir uns liebten. Finget, geh weg. Nicht ohne dich. Komm, Finget. Geh weg. Wir haben alles recht, Finget. Alles, was wir tun haben. Und manchmal ist das nicht genug, Finget. when the life-threatened Calls. Fidget, thank you. Goodbye, Dust. Die, Dust. Now. Through the actions of Arsene Mithrarin, Dust, the Moonblood Race is finally free. We will never forget his sacrifice or the deeds that saved our very world. We shall always remember what happened here. Dust's sacrifice will allow the Moonblood Race to rise again, to rebuild our glorious civilization and live peacefully among the races of this world. Though it may appear that dust has fallen here today, a force of good is not so easily extinguished. Sen Mithrarin was born with dust, a current brought through the winds of change, a harbinger of storms yet to come. Dust. Dust. ok soll es jetzt heißen wir sind nicht endgültig gestorben wir kommen wieder oder so keine ahnung das hätte sich nach fortsetzen für zwei teilern auf jeden fall ich fand es ganz cool hat eigentlich spaß gemacht das ganze drumherum der krieger wo keine ahnung gehabt hat worum es geht was er hier macht bloß das schwert ja wobei das schwert ein bisschen auch geschwätzig war ich weiß also der schwert war also ganz so mein sein weil der hätte einem hat einem alle wenn ihr vielleicht alles gewusst hätten sie alles verraten können auf amfang an schon was los ist und was mir auch ein wenig stört hat ist wir haben nie erfahren warum der kerl der cassius und der gaius eigentlich die mondblüte ausroten wollen haben wir nie mitgekriegt so richtig wenn es da nicht mitgekriegt falls da mir jemand mehr weiß kann man es gerne in kommentare reinschreiben aber müsste jetzt nichts auf jeden fall kommentare gern gesehen feedback spielverschläge das übliche und dann lasst euch jetzt noch den abspann laufen und wir sehen uns im nächsten part vor allem anderen let's play wieder also dann ciao leute abonniere 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 aboneées Untertitelung des ZDF, 2020